Neue Folge Culture Berlin Shopping Guide. Ja, geht schon los? Ja. Arsenal London ist heute dran und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, hä, wieso Shopping Guide zu einem Team, wo es richtig gut läuft? Tabellenführer in der Premier League, die Chance Meister zu werden, 5 Punkte Vorsprung vor City. Warum machen wir trotzdem einen Shopping Guide? Wir haben ja sonst immer so Teams genommen, wo es gerade nicht ganz so gut läuft, wo man einiges verbessern kann. Eher Kategorie Baustelle. Aber wir sind natürlich Lindners Söhne. Es geht immer besser. Man kann immer effizienter und noch besser werden. Ist das der Slogan von Lindner oder wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es hat für mich so FDP-Vibes. Immer besser werden. Also ich sag grundsätzlich, lieber gar keine Transfers tätigen als schlechte Transfers tätigen. So. Ja. Das war eine On-Point-FTP-Anspielung damals auf lieber gar nicht regieren als falsch regieren. Das stimmt. Oder irgendwie sowas war das. Aber das hat man ja auch sehr schnell wieder über Bord geworfen, dieses Motto. Vier Jahre später. Wir machen ja keine Politik. Wir machen keine Politik. Wir kümmern uns darum, dass Arsenal London bis zum Ende vielleicht ganz oben steht. Und vor allem auch die nächsten Jahre. Also zumindest war das mein Einsatz, auch zu gucken, dass man die nächsten Jahre auch ganz oben, ganz vorne konkurrenzfähig bleibt. Aber genau das ist für mich eine riesengroße Zwickmühle hier in dem Winter für Arsenal. Den Spagat zu schaffen, aus die Mannschaft kurzfristig verstärken wollen, mit dem realistischen Ziel englischer Meister werden zu können. Aber gleichzeitig nicht durch Wintertransfers die Perspektive zu verbauen auf vielleicht bessere und auch preiswertere Einkäufe, die man im Sommer tätigen könnte. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel für, das ich vorwegnehmen möchte. Arsenal sucht ja angeblich unter anderem einen zentralen Mittelfeldspieler und einen Flügelspieler. Das sind so mit die Baustellen, die bearbeitet werden sollen. Das Problem, was ich habe, ich würde jetzt nicht im Winter unheimlich viel Geld ausgeben wollen für einen Mittelfeldspieler. Denn ich glaube, Arsenal muss ganz, ganz zwingend im Sommer alles, was sie haben, auf Declan Rice draufwerfen. Declan Rice im nächsten Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, nicht zu verpflichten von West Ham, wäre absolut fahrlässig. Hast du hier eine Chance? Ja, ja. Bei der Konkurrenz? Wer ist denn die Konkurrenz? Die Konkurrenz ist jeder andere Top-Verein in England, glaube ich. Ja gut, aber wenn du eventuell der Verein bist, der englischer Meister geworden ist, der Champions League spielt, dann glaube ich, hast du schon einen Fund mit dabei. Du hast das Fund mit dabei, dass Declan Rice gar nicht erst umziehen möchte, weil er könnte vom einen London-Klub zum anderen Klub wechseln. Also ich finde, Arsenal muss wirklich jeden Hebel in Bewegung setzen, um Declan Rice zu holen. Das würde eine der wichtigsten Positionen auf Jahre schließen und deswegen habe ich hier auch mich eher entschieden für eine etwas, ja nicht sparsamere, aber eine Lösung, die ich eher als Rotationsspieler als als A-Lösung sehe für die Position. Das muss man auch dazu sagen, ich habe jetzt auch drei freie Positionen, zwei davon sind ganz, ganz klar Perspektivspieler, Stand jetzt Backup-Spieler. Ja, ansonsten reden wir gleich im Einzelnen noch drüber, aber du willst natürlich, weil ich glaube, das Problem bei Arsenal jetzt auch mit Blick auf die Rückrunde ist zum einen, natürlich Gabriel Jesus, der bis auf weiteres ausfällt, man weiß noch nicht genau, wie lange, wurde operiert. Wurde operiert? Ich glaube, er wurde schon operiert. Man weiß noch nicht, wie lange er raus ist, aber das ist natürlich der Top-Scorer im Team, war unglaublich wichtig jetzt in der Hinrunde. Gegenin war auch so wichtig, ja. Ja, und da glaube ich, musst du schon jemanden finden, der dir dann jetzt in der Rückrunde ja eine gewisse Qualität da vorne bringt. Ich mag eigentlich einen Kett ja, aber den in jedem Spiel da vorne drin auf der Neuen, weiß ich nicht, gucken wir gleich drauf. Und zum anderen, der Plan, der Spielplan ist unfassbar tough für jedes Premier League Team. Also natürlich die Premier League selber, aber dann hast du noch diverse Pokale und Arsenal hat noch die Europa League, wo sie auch noch weit kommen könnten. Also die Belastung ist extrem stark und ich finde, da hat Arsenal auch in der Kadertiefe, da sind andere, vor allem englische Top-Teams besser aufgestellt. Da könnte man noch nachlegen. Definitiv. Und das ist, glaube ich, auch die Absicht, die ich hier verfolge. Ich habe zwei Transfers getätigt und also hier vorne gilt natürlich, das ist die Vakanz, die entsteht durch das Fehlen von Gabriel Jesus. Kann man darüber reden, ob man da nicht in Kett ja hinstellen wollen würde, aber ich habe mal jemanden mitgebracht. Und hier gilt natürlich ganz klar, die erste Wahl ist Thomas Partey. Ich werde da gleich den Namen hinsetzen, von dem ich glaube, dass er für dieses Mittelfeld eine sehr gute Ergänzung wäre und einfach den Leuten den Rücken frei halten könnte, wenn es denn sein müsste. Aber dann lass uns doch mal mit Gabriel Jesus beziehungsweise einem Jesus-Ersatz anfangen. Das Ding ist, Jesus ist der perfekte Spieler für das System von Ateta. Man sieht auch den Unterschied von, oder man hat den Unterschied von Lacazette zu Jesus jetzt gesehen. So ein, ja, so ein Floating-Stürmer, weißt du, der unglaublich flexibel ist, variabel ist, der innen und außen auftaucht. Und du hast es eben schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste oder seine größte Stärke jetzt vor allem auch in diesem System ist die Arbeit gegen den Ball. Höchste 2% der Spieler mit den meisten abgefangenen Bällen, beste 4% bei gewonnenen Zweikämpfen im Top-5-Ligen-Vergleich. Gleichzeitig halt aber auch ein mitspielender Stürmer, kreativ, guter Dribbler. Und meine Erkenntnis war, du bekommst ihn nicht im Arsenal-Budget, vor allem nicht in diesem Winter, ersetzt. Du bekommst nicht einen Spieler, der all das abdecken kann. Budget haben wir noch gar nicht besprochen, wir haben jetzt sogar 50 bis 70 Millionen. Ja, ich spekuliere mal darauf, dass du ihn nicht mitgebracht hast. Ein Beispiel, das man ja nennen könnte, ist ja, Arsenal wird ja extremst mit Mudrik in Verbindung gebracht. Der wird ja eher, der ist ja links außen. Genau, er ist ja außen von Schacht ja, aber ist auch jemand, wo nach allem, was man aktuell hört, würde der einen Preisrahmen abrufen von der Ablösesumme, die Donetsk haben möchte, wo ich sagen würde, das fällt diesen Winter eigentlich raus. Also Donetsk verlangt ja für ihn eine absurd hohe Summe, der würde das Budget, glaube ich, hier alleine auffressen, die 70, 80 Millionen Euro. Also deswegen habe ich jetzt auf Mudrik zum Beispiel verzichtet. Habe ich auch, wobei ich ihn links außen noch geholt habe, aber du sprichst es an. Und dann, teure Spieler, also die, die ich gerne geholt hätte, sind Spieler wie Amin Guiri. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt keinen weg von denen, weil die, die ich nenne, sind eigentlich, haben immer einen Haken. Amin Guiri, unrealistisch, gerade erst gewechselt, wäre, glaube ich, ein richtig guter Stürmer für die Rolle. Vertrag bis 27. Eva Nilsson, über den haben wir schon mal gesprochen, von Porto. Ja, der Porto-Mann. Die verlangen auch zu viel Geld, das würde auch das Budget jetzt für den Winter sprengen. Ich finde, Jorginho Rütter wäre ein spannender Spieler, aber du willst jemanden haben, also der wäre zumindest vom Spielertypen, glaube ich, ganz gut. Du willst aber jemanden haben, der ist auch zu sehr Projekt für die Premier League, um jetzt irgendwie da, ähm, ja, ein Upgrade zu sein gegenüber dem Kettjahr. Kolomuani, gab es auch ein paar Gerüchte wohl, ist ein anderer Spielertyp und auch unwahrscheinlich ähnlich wie Guiri, auch ein halbes Jahr erst da. Deswegen mal was anderes. Ich habe hier einen leeren Zettel, denn ich habe zwei Spieler zur Auswahl und du darfst entscheiden, welche ich den nehmen. Ich stelle dir beide Spieler vor ohne Namen. Oh, das ist interessant. Spieler A, ähnlicher Spielertyp zu Jesus grundsätzlich, ähm, Qualitäten am Ball, vor allem im Passspiel auch, kreativ, torgefährlich, aber gegen den Ball, nicht ansatzweise vergleichbar mit Jesus. Ja. Spieler B, anderer Spielertyp, viel mehr Mittelstürmer, kann auch, ähm, kann auch theoretisch auf außen, aber ist schon mehr Mittelstürmer, sehr torgefährlich, gut gegen den Ball, dafür aber, Nachteil bei ihm, kein Vergleich in Sachen Kreativität und Passspiel und Übersicht vor allem. Beide relativ günstig. Ich würde sagen, Spieler B noch ein gutes Stückchen günstiger. Bei beiden läuft der Vertrag im Sommer aus. Du brauchst gar nicht raten, wen ich nehmen könnte oder wer das sein könnte. Du musst nur sagen, Spieler A oder Spieler B. Ich überlege kurz noch und ich tendiere vom Gefühl her zu Spieler Nummer zwei. Spieler B? Ja, Spieler B. Spieler B wird dich nicht groß überraschen, weil wir haben auch schon über ihn gesprochen, auch schon hinter den Kulissen, Markus Thüram. Yes! Markus, Tickus! Markus Thüram. Verrätst du noch, wer Spieler A war? Gleich. Markus Thüram ist halt ein ganz anderer Spielertyp, finde ich, als Jesus. Jesus, viel größer alleine schon, viel athletischer, gut auch im 1 gegen 1, gegen den Ball auch gar nicht so schlecht, aber halt hat nicht ansatzweise die Kreativität und Übersicht, die ein Jesus mitbringt. Also sein Modus bei Gladbach ist ja einfach auch tief, tief, tief letztendlich. Stoßstürmer. Ja. Stoßstürmer, der aber auch gut pressen kann und wäre sehr günstig. Vertrag läuft aus, man hat jetzt die letzte Meldung, war so 12 Millionen Ablöse, soll man fordern. Das ist für die Qualität des Spielers ein super Preis. Und vor allem, du schlägst ja fast mit Markus Thüram zwei Fliegen in einer Klappe, weil er ja auch von da, wo er herkommt, ursprünglich mal easy auf die linke Seite ausweichen könnte. Also er ist ja gar nicht mal so sehr zentrumsgebunden. Also das ist da, wo er seine stärkste Phase hat, glaube ich, seine Karriere bisher. Aber er ist ja auch relativ flexibel, was die Positionierung angeht. Ja. Also hier dann aber mit den starken Außenspielern würde ich ihn auf jeden Fall im Zentrum sehen. Und Spieler A wäre Memphis Depay gewesen. Interessant. Interessant. Also ist natürlich ein anderer Typ auch, weil Markus Thüram kommt ja auch noch mit einem Spielraum nach oben, mit Luft nach oben, was das Entwicklungspotenzial angeht. Depay ist ja schon jetzt so auf dem Zenit unterwegs, würde ich fast sagen. Aber wirklich, wenn du dir die Profile anschaust, auch die statistischen Profile, viele Ähnlichkeiten zu Jesus, außer gegen den Ball. Außer gegen den Ball, ja. Ich mag Depay sehr gerne. Ich hatte ihn ja auch damals für Juve empfohlen gehabt, als es um Dybala-Ersatz ging. Und da ging es ja auch um jemanden, der so ein kreatives Element aus dieser Rolle heraus mit beiträgt. Und Depay hätte ich da auf jeden Fall auch gesehen. Und es wäre eine Win-Win-Win-Situation. Depay würde von Barcelona wegkommen, kann sich vor allem, zum Beispiel wenn du ihn per Laie holst jetzt, Arsenal, kann sich jetzt ein halbes Jahr lang mit dem Fehlen von Jesus, ein halbes Jahr lang empfehlen auf einer sehr großen Bühne. Barcelona hat ihn von der Payroll, wenn Arsenal das Gehalt übernimmt. Und Arsenal hat halt eben einen spielerisch sehr ähnlichen Typen als Ersatz. Aber wir haben uns für Markus Thüram entschieden. Wen hast du? Ich habe jemanden, der durchaus ein Name war, den der ein oder andere auf dem Schirm gehabt haben dürfte für einen möglichen Breakout-Star bei einem abgelaufenen Fußballturnier. Daraus ist nichts geworden, weil die Mannschaft, die er gespielt hat, ziemlich beschissen war. Auch wieder erwarten, muss man sagen. Es geht natürlich um, die Farbe passt zu Arsenal, passt aber auch zum Land und das geht um Dänemark. Und es geht um Andreas Scho-Olsen. Oh, aha, aha. Da haben wir jemanden, der ist flexibel einsetzbar. Also seine Hauptposition ist die rechte Außenbahn, muss man ganz klar so sagen. Also kommt hauptsächlich über die rechte Seite bei Brügge, wo er aktuell noch unter Vertrag steht, bis 2026. Ist aber ein Linksfuß, ein herausragender Linksfuß. Der hat eine absolut fantastische Schusstechnik, kann man wirklich nicht anders sagen. Und ist jemand, der die Position sehr invers interpretiert hat. Haben wir auch bei FM bei uns im Stream gesehen. Ja, wer es verpasst hat. Wer dabei war. Selber schuld. Man kann es sich noch angucken, wenn man Zapp ist bei Twitch. Unsere Fake-WM sozusagen. Yes, unsere Fake-WM, die aber sehr, sehr cool war. Aber er hat eben auch schon, also nicht nur über rechts gespielt, wo er dann inverse auftritt und gerne nach innen zieht und mit dem linken Fuß seinen Abschluss sucht. Sondern eben auch schon in einer zentraleren Rolle. Unter anderem in einem Nations League-Sieg gegen Frankreich war das eine Doppelspitze mit Kaspar Duhlberg. Wo Sko Olsen so ein bisschen das Bindeglied war, mehr Typ hängende Spitze und Duhlberg eben der Stoßstürmer vorne drin. Und hat das da auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Sko Olsen bringt halt körperliche Voraussetzungen mit, die sehr interessant sind. Er ist 1,87 groß, körperlich ein robuster Spieler und damit auch in der Lage durchaus körperlich sich durchzusetzen. Und die Flexibilität würde für mich bedeuten, wenn ich auf Martinelli schaue. Wenn ich auf Saka schaue, gucke ich auch auf Spieler, die nicht positionsgebunden sind. Martinelli vor allem finde ich zum Beispiel auch super interessant im Zentrum. Finde ich auch jemand, der da mal reinschieben kann, der echt Eigenschaften hat. Wo ich sage, da ist auch Potenzial, um in eine zentralere Rolle vielleicht sogar reinzuwachsen. Und deswegen die Jungs einfach flüssig Positionen tauschen. Sko Olsen müsste auch nicht immer spielen. Du hast ja auch einen Kettier. Der das auch gut macht. Der das auch gut macht. Mal ein paar Zahlen zu Sko Olsen in der belgischen Pro League. Er steht bei knapp sieben Dribblings pro 90 Minuten mit einer Erfolgsquote von 65 Prozent in dieser Saison. Ist damit in der belgischen Liga im Gesamtvergleich Platz 6. Er ist ein sehr abschlussfreudiger Spieler. Steht auf Platz 2, was die meisten Schüsse pro 90 Minuten in der Liga angeht. Bei Platz 9 bei Abschlüssen von außerhalb des Strafraums. Also ist jemand, der gerne auch von außerhalb der Boxen den Abschluss sucht. Und auch definitiv die Abschlussqualität hat, um daraus eben aus der Entfernung gefährlich zu sein. Antrittsstart stark, explosiv. Habt man in der Champions League auch gesehen. Gab ein paar Szenen unter anderem beim 0 zu 0 gegen Atletico, wo er wirklich von hinten raus Meter überbrückt. Und mit einem schnellen Antritt den Spieler erstens hinter sich lässt. Und dann eben durch seine körperlichen Voraussetzungen, durch diese 1,87, eben auch den Spieler auch hinter sich hält und sich da körperlich durchsetzen kann und am Ball bleibt. Er ist nicht angewiesen darauf, inverse zu spielen auf der rechten Seite. Kann auch auf der Außenlinie bleiben und sich da durchsetzen. Spielt in der gesamten Liga die meisten Key Passes in Belgien, 1,38 pro 90 Minuten. Die drittmeisten Flanken in der Liga, 4,8 pro 90 Minuten. Also ist jemand, der eben sowohl nach innen ziehen kann, als auch auf der Außenlinie bleiben. Bietet da also eine gewisse Flexibilität und damit auch eine Unberechenbarkeit. Ich würde generell sagen, dass er außergewöhnlich hohe spielmachende Fähigkeiten hat für einen Außenbahnspieler. Gegen einen Wechsel sprechen zwei Dinge. Erstens, er würde aus Belgien in die Premier League wechseln. Was definitiv ein großer Sprung ist. Aber ich plane ihn eben auch nicht ein, als jemanden, der sofort den größtmöglichen Rucksack anziehen soll. Und dann Arsenal immer einen Leingang zum Titel trägt. Sondern einfach, der glaube ich, in diesem System, umgeben von diesem Spielermaterial gut funktionieren würde. Und der andere Punkt ist, Brügge spielt natürlich noch Champions League und haben die Chance, gegen Benfica ins Champions League Viertelfinale einzuziehen. Das ist eine schöne Aussicht für einen Spieler. Gleichzeitig glaube ich, wenn der FC Arsenal ernst machen würde und die Tür aufgeht für einen Wechsel in die Premier League, dann bist du im Zweifelsfall bereit, auf eine Achtelfinale zu verzichten. Und das Preissegment, das ich jetzt mal angeschlagen habe für Scott Olsen, würde ich so sehen, bei 25 bis 30 Millionen Euro. Müsste gleichzeitig in einem Rahmen sein, den Arsenal stemmen können müsste. Und wie gesagt, ich finde einfach, diese Kombination aus seinen technischen Fähigkeiten, aber auch der außergewöhnlichen Körperlichkeit für die eigentliche Position, ist ein spannendes Spielerprofil. Ja, interessant. Hast du schon was zu gegen den Ball gesagt? Das ist halt schon wichtig bei RT, was er da macht. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So würde ich es beschreiben, glaube ich. In Ordnung trifft es ganz gut. I.O. Ich glaube, er ist auf jeden Fall intelligent genug und formbar genug als Spieler, um da reinzuwachsen. Und die Voraussetzungen, die er mitbringt, die Athletischen, sind auf jeden Fall dafür gegeben, dass er das gestemmt kriegen müsste. Du hast jetzt nur noch einen weiteren Spieler, ja? Aber wir haben es ja schon angedeutet, für uns jeweils Backups. Genau. Dann würde ich mal anfangen, weil ich habe noch zwei Backups, beziehungsweise ja auch Perspektivspieler, wo ich auf beiden Positionen Bedarf in der Tiefe sehe. Zum Beispiel Innenverteidiger. Du hast sehr gute Innenverteidiger mit Gabriel, der hier normalerweise spielen würde, mit Salibar, mit Ben White, der jetzt aber Rechtsverteidiger eigentlich nur noch ist. Und dann ist Rob Holding dein Nummer eins Backup. Ja. Und das war's. Was heißt mit Tomi Yasuo? Tomi Yasuo ist ja eigentlich auch für rechts eingeplant. Kann aber auch innen, ne? Kann innen, aber hat schon die letzte Zeit viel rechts gespielt. Aber Ben White hat ihn da halt ein bisschen verdrängt. Und ich will nicht in der Europa League oder im Meisterschaftskampf mit Rob Holding als Nummer eins Backup für die Innenverteidiger-Position angehen. Vor allem hast du im ganzen Kader nur einen linksfüßigen Innenverteidiger. Sprich, was suchen wir? Einen, wenn möglich, entwicklungsfähigen, sprich jungen Innenverteidiger, der Linksfuß ist, der vor allem gut am Ball ist. Und da habe ich einen gefunden, den ich ganz spannend finde. Und zwar in der Ligue 1. Und zwar der Verteidiger, der Jérôme Boatengs Karriere quasi beendet hat. Weil er ihn auf die Bank verdrängt hat. Castello Luqueba. Kein großer Name. Junger Spieler, 20 Jahre alt. Ist kein athletisches Monster. Ist jetzt nicht einer dieser französischen Innenverteidiger, wo du denkst, was ein Schrank. Er ist ja nicht klein, ich glaube 1,84, 1,85. Ja, aber ist kein Konaté. Ist kein Konaté, definitiv nicht. Aber ist ein sehr vielversprechender Verteidiger. Zum einen die Art und Weise, wie er verteidigt. Nämlich sehr ruhig, gleichzeitig aber auch irgendwo proaktiv und aggressiv. Aber trotzdem nie irgendwie, er wirkt nie von der Rolle, nie in Stress. Und was ihn am meisten auszeichnet, sind seine Qualitäten als Passspieler. Lang, kurz, enorm gute Zahlen in der Ligue 1. Und vor allem hat er am meisten glänzen können in dem Peter-Bosch-System. Da ist er ja auch aufgeblüht. Und das heißt, er ist vertraut damit, mit einer sehr hohen Defensivreihe. Mit gutem Stellungsspiel in der Restverteidigung, was man einfach da braucht. Aber wie gesagt, als Passspieler am Ball sehr, sehr gute Zahlen. Marktwert 20 Millionen. Es gibt kaum Gerüchte um ihn, über ihn. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, was da so die Ablöseforderungen sind. Ich habe ihm jetzt mal 30 gegeben. Ja. Lyon hat ja jetzt gerade einen neuen Besitzer bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen die Parameter verändert, in Bezüglich dessen, ab wann die Gesprächsbereitsen haben. Und jetzt das Geld nicht mehr so gebraucht wird. Das Ding ist, er ist jetzt nicht einer dieser, wo du sagst, okay, das wird mal ein Weltklasse-Innenverteidiger. Vielleicht, je nachdem, wie er sich so entwickelt. Aber ist es auch nicht so, dass er jetzt unbedingt diese Saison perfekt daran anknüpfen konnte. Weil letzte Saison, wie gesagt, da wurde er zum Stammspieler. Ich glaube nicht, dass er so ein richtig, richtig teurer Spieler sein müsste. Aber vielleicht sind es mehr als 30 Millionen. Aber interessanter Spieler. Und wie gesagt, er ist ja jetzt ... Du planst ihn ja auch nicht an als Stammspieler, sondern als jemanden, der ... ... der erstmal Backup ist, der Rob Holding auf die Nummer 2 setzt, sozusagen als Backup. Und dann vielleicht perspektivisch irgendwann mal eine Rolle da einnehmen kann, ja. Finde ich interessant. Ich muss sagen, sobald ich Franzose und Arsenal höre, gehen die Augenbrauen hoch. Ja. Weil das ist einfach angelerntes Verhalten. Das findet man gut, das mag man gerne. Von daher gehe ich das mit. Der Mann, den ich mitgebracht habe, wie gesagt, nochmal, damit da keine Missverständnisse entstehen. Hier steht natürlich als erste Wahl, als erste Instanz. Und das bleibt auch so Thomas Partey. Ja. Bis dann im Sommer hoffentlich Declan Rice kommt. Ähm. Der Mann, den ich mitgebracht habe, hat sich, im Gegensatz zum eben präsentierten, ... definitiv bei der Weltmeisterschaft ins Schaufenster gespielt. Und, äh, dementsprechend dürfte das auch ein bisschen auf das Preisschild draufschlagen, ... aber noch, doch nicht allzu sehr, denn der Vertrag läuft nur bis 2024. 20-4? 24. 24 ist die Zahl. 24 ist keine Zahl. 24 ist eine Zahl. Ja. Soviel am Rabatt. Oh. Ja. Also, Marokkos, einer von Marokkos Shootings, da kann man sagen, da gab es einige, ... vor allem im Mittelfeld, glaube ich, die einen guten Job gemacht haben. Äh, hat sich da definitiv in den Fokus gespielt. Mhm. Gibt Gerüchte, um einen möglichen Wechsel bereits zu Tottenham. Da ist er wohl schon im Gespräch. Wie gesagt, ähm, Vertrag in Florenz bis 2024. Und, ähm, dementsprechend würde ich tippen, auch so 25 bis 30 Millionen Euro. Also, die werden schon was verlangen nach dem Turnier. Davon gehe ich aus. Aber ich glaube, der Vertrag sorgt dafür, dass es so einen gewissen natürlichen Deckel darauf gibt, ... wie viel man tatsächlich fordern kann aus Vereinsseite. Weil die halt auch wissen, okay, ein Jahr später ist der Spieler letztendlich ablösefrei zu haben. Ähm, ist das, äh, marokkanischer Busquets, oder? Äh, 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 so ein bisschen. So ein bisschen vielleicht. Also, ich finde, er hat eine ... Ich würde nicht ganz dem Busquets-Vergleich, glaube ich, so 100 Prozent mitgehen. Ich kann nicht viel zu dem Spieler beitragen. Und ich habe auch, äh, ein Spiel von Marokko vielleicht gesehen. Also, ich finde, spannend ist, und deswegen ist es noch nicht so wichtig, was er bei der WM gemacht hat, ähm, dass er aus einem System kommt, was, glaube ich, gut zu Arsenal passen würde. Also, die Fiorentina hat in der Serie A genauso viel Ballbesitz wie Arsenal in der Premier League, beide mit 58 Prozent. Das ist also gewohnt, in einer Mannschaft zu spielen, die selber auch den Ball hat. Fiorentina spielt, ähm, äh, meistens so, dass Amrabat da einen alleinigen Sechser gibt. Also, wirklich alleine auf der Sechs könnte das also auch bei Arsenal so lösen, die ja jetzt in der Saison auch mal 4-2-3-1 gespielt haben, aber jetzt eben häufiger 4-3-3 oder auch 4-1-4-1 tatsächlich mal. Also, da eben, wo ein Sechser das eben alleine macht. Schakka hat jetzt mittlerweile eine Rolle, die auch deutlich mehr Offensiv-Fokus hat, wo er auch weiter vorne auch mal auftaucht. Ähm, und deswegen würde Amrabat das auf jeden Fall erfüllen können. Ist ein ganz, ganz toller Passspieler, muss man wirklich so sagen. Herausragend, spielt eine Passquote um die 90 Prozent rum. spielt laut FB Ref 12 lange Pässe pro 90 Minuten, von denen 10,5 ankommen. Also, eine Erfolgsquote von 87,2 Prozent bei seinen langen Pässen. Das ist Top-1 Prozent für Mittelfeldspieler in den Top-5-Ligen. Also, ein absoluter Wahnsinnswert. Also, wirklich ein sehr, sehr passsicherer Spieler, was ja auch auf der Position enorm wichtig ist. Er ist kein Zweikampfmonster in den direkten Duellen. Und das ist Elias Kiri zum Beispiel in meinen Augen. Ähm, klar. Kein Zweikampfmonster in den direkten Duellen, vor allem nicht in der Luft, aber er ist jemand, der enorm gut antizipiert, aufgehende Räume erkennt. Also, in der Defensive erkennt, wo geht hier was auf? Wo muss ich eine Lücke schließen? Vielleicht seht ihr an der Stelle jetzt auch was eingeblendet. Eins, zwei, drei Screenshots, die das exemplarisch an einer Szene zeigen. Möglich ist das. Vielleicht. Aber genau das eben kann er eben sehr gut und das schlägt sich auch statistisch nieder. 1,74 Blocks pro 90 Minuten ist Top-9 Prozent für die Mittelfeldspieler in Europas Top-5-Ligen im Vergleich. Also, es ist jemand, der ahnt, was der Gegner macht, wo er hinspielt, wo er sich positionieren muss, wo es ein freier Raum, der aufgehen könnte, wo es ein Passweg, den ich blockieren muss. Das Lesen des Spiels ist einfach seine große Stärke. Hat, glaube ich, auch bewiesen, dass er ein Spieler ist mit enormen Führungsqualitäten, mit einer starken Persönlichkeit. Und ich glaube, das wäre jemand, der Arsenal sehr, sehr gut den Rücken frei halten würde. Weil, nehmen wir an, Schacker fällt aus, dann kannst du Partey, sei es auch eins vorschieben, finde ich. Kann er schon. Nicht auf dem Schacker-Niveau, aber halt schon durchaus auch Box-to-Box-Qualitäten, würde ich sagen. Kannst du Partey eins vorschieben und Amrabat die sechs machen lassen. Und umgekehrt kannst du es auch machen, wenn Partey ausfällt, schiebst du einfach Amrabat auf die Position. Also, wäre, glaube ich, jemand, der qualitativen Mehrwert hätte für die Mannschaft und den man bedenkenlos reinwerfen könnte, ohne jetzt den allzu großen Qualitätsverlust zu erleiden. Sehr schön. Sehr kreative Lösung. Wie soll ich dir sagen, warum ich nicht glaube, dass sie Declan Rice holen? Warum? Weil ich glaube, dass sie mit ihrem 4-3-3 und den beiden, wenn du dir die Heat-Map, auch Schacker hat ja eine komplett andere Rolle plötzlich. Den hast du ja immer so als zweikampfstarken Abräumer, Ballergesundheit, Balleroberner, Mittelfeldspieler irgendwie auf dem Schirm. Das spielt er ja kaum noch. Nee, nee. Auch die Zweikampfwerte sind massiv in den Keller gegangen. Also, alleine wie viele Zweikämpfe er führt. Und der hält sich jetzt wirklich hier so in den Halbräumen auf und Oedegaard auf der anderen Seite in den Halbräumen. Das ist schon sehr auffällig. Und ich glaube, dass sie mit Party auf der 6 planen und eher hier zukunftsorientiert einen Erben für Schacker holen, der mehr so der Halbraumspieler ist, mehr der mehr Zahler ist als das Declan Rice. Declan Rice kann auch mit nach vorne. Ich glaube, Declan Rice ist halt ein Weltklasse-Sechser. Ja, ja. Und da bin ich komplett on board. Wird in den nächsten Jahren, glaube ich, einer der besten Spieler der Welt auf dieser Position sein. Aber du musst halt sehr, sehr viel Geld für ihn investieren. Ich weiß nicht, ob Arsenal in so einen Spielertypen so viel Geld investieren möchte. Ich finde halt, wenn es einfach nur das reine Spielerprofil wäre, ja. Dadurch, dass er in London schon spielt, englischer Nationalspieler ist und auch prägender sein dürfte der nächsten Jahre, gibt es viel, was dafür spricht. Ich habe auch noch ein paar andere Gründe, warum ich mir wünschen würde, dass Thomas Partey aus dieser Mannschaft verschwindet. Deswegen mal abwarten. Also ich bin der Meinung, wer im nächsten Sommer nicht, wenn er das Geld dazu hat, alles auf Declan Rice drauf wird, der ist bescheuert in meinen Augen. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zu meinem letzten Kandidaten. Und auch hier ähnliches Thema wie in der Innenverteidigung. Ich glaube, hier reicht es an Tiefe nicht. Und zwar links außen. Man sucht ja auch links außen. Du hast Mudrik angesprochen, wo es sehr heiße Gerüchte gibt. Er spielt teuer, ja. Arschteuer, ja. Arschteuer. Und ich habe eher jemanden gesucht, der halt die klare Nummer zwei hinter Martinelli erstmal ist. Aber wenn du auf die anderen Spieler, die anderen Flügelspieler im Kader guckst, ja, Saka kann auch links spielen. Klar, weil man will halt hier inverse Spieler haben, die jeweils mit dem anderen Fuß nach innen ziehen. Also ein Rechtsfuß. Und ich glaube, nur Reece Nelson ist Rechtsfuß. Aber der spielt trotzdem eher rechts, auch bei Arsenal, wenn er spielt. Du brauchst auf jeden Fall noch einen, der es auch gewohnt ist, auf der linken Seite zu spielen. Der es gewohnt ist, auch mit dem Ball dann nach innen zu ziehen. Der im Eins gegen Eins stark ist. Der torgefährlich ist. Und es ist auch immer gut, jemanden zu holen. Gerade wenn er jung ist, der sich vielleicht wohlfühlt im Kader, weil auch noch ein Landsmann mit dabei ist. Das spruch ich gerade. Also Modric hätte ja Sinschenko gehabt. Modric hätte Sinschenko gehabt. Und mein Spieler hat Oedegaard. Denn wir reden von meinem absoluten Lieblingstalent aktuell. Wir reden von Andreas Skjeldrup. Ah! Okay, okay, okay. Über den werden wir noch, oder werde ich noch häufiger reden in den nächsten Wochen und Monaten. Next Adam Lojek so ungefähr. 18 Jahre alt, Norweger, spielt aber in Dänenberg, bei Norscherland und ist das absolute Edeljuwel von denen. Absolut auch bereit für den nächsten Schritt in meinen Augen, weil der dominiert einfach die dänische Liga momentan. Der ist 18, spielt nicht mal im Sturmzentrum. Kann er auch, macht er manchmal vor allem so als hängende Spitze. Aber spielt in den letzten Wochen zumindest vor allem linksaußen und ist Top-Torschütze in Dänemark mit 10 Treffern. Ich glaube, in 17 Spielen. Und das hätte ich gar nicht so gedacht. Also ich habe natürlich versucht, Skjeldrup hier mit irgendwie unterzubekommen. Ein sehr, sehr ähnliches Spielerprofil zu Martinelli. Noch etwas mehr der Vorbereiter ist Martinelli. Also Martinelli hat noch ein bisschen mehr so den Vorbereiter in sich, ist der Best, deutlich bessere Flankengeber, schlägt auch deutlich mehr Flanken. Skjeldrup dagegen noch torgefährlicher. Genau, 10 Tore in 17 Spielen habe ich mir doch notiert. 0,4 Expected Goals pro 90 Minuten. Martinelli zum Vergleich ist bei 0,26. Unterperformt extrem, Martinelli und Skjeldrup übertrifft eher seine Expected Goals. Wie gesagt, es gibt noch, ich werde noch mindestens in einem anderen Video ausführlicher über ihn sprechen. Ich finde, ganz grober Vergleich, so ein bisschen Quarazkelia-Vibes, die er bringt, auch mit dem von außen nach innen ziehen, hat in meinen Augen absolut das Potenzial für die Premier League. Wäre hier halt klar die Nummer 2, aber den kannst du mal reinbringen, den kannst du im Pokal von Anfang an spielen lassen. Und er ist vor allem im Vergleich zu Mudrik sehr viel günstiger. 4 Millionen Euro Marktwertler, Transfermarkt.de. Das, was man so hört, 15 bis 20 Millionen könnten sogar realistisch sein. Machen. Gab sogar schon mal Arsenal-Geräfte. Oh, Entschuldigung. Andreas Skjeldrup. Druff da mit. Wie gesagt, Backup erst mal, aber ein Riesentalent und ganz spannende Geschichte. Ich glaube, Arsenal war auch einer der Vereine, die damals ihn haben wollten, die ihn aus Norwegen verpflichten wollten. Mehrere große Klubs waren da dran. Er hat gesagt, nee, ich sehe mich bei Norscherland, da werden Talente gut entwickelt, da bekomme ich viel Spielzeit. Das ist ein ziemlich vernünftiger Schritt, weil das trifft alles zu. Und die Rechnung ging ja auch auf letztendlich. Ja. Der wird auf jeden Fall im Winter oder spätestens, ich glaube, spätestens im Sommer. Spätestens im Sommer, glaube ich auch, dass dann Wechselzeit ist. Der Sprung aus der dänischen Liga in die Premier League ist natürlich nicht riesig. Der ist natürlich riesig. Aber du musst nicht direkt performen, so wie Lüge Bar. Aber das ist ja das Wichtige, dass die Spieler nicht kommen und dass die Erwartungshalb denn da ist, der muss jetzt hier irgendwie spielentscheidend sein für uns, sondern der Spieler darf wachsen und in eine Rolle reinwachsen. Es ist super interessant bei Arsenal, weil ich glaube wirklich, dass es ein spannendes Thema ist, das den Verein beschäftigt, so dieser Spagat aus kurzfristiges Zielmeisterschaft und gleichzeitig Dinge tun, die mit Weitsicht immer noch sinnvoll sind. Und das irgendwo in Einklang zu bringen, weil fünf Punkte Vorsprung, ein City, das durchaus so wirkt, als ob sie hier und da mal was liegen lassen könnten. Und vielleicht auch im Zweifelsfall dieses Jahr vielleicht bereit ist, auch Champions League zu priorisieren dann irgendwann. Mal gucken. Also die haben dann gerade im Zweifelsfall beides abdecken kann. Aber Fakt ist, wenn du jetzt zur Winterpause erster Best mit fünf Punkte Vorsprung, dann musst du alles in deiner Macht Stehende tun natürlich, um diese Chance irgendwo auch zu ergreifen. Ich finde, wir haben das ganz gut gelöst, weil du brauchst Tiefe, aber ohne Gabriel Jesus wird es nicht einfach. Das Niveau, weil du hast es ja gesehen, was für einen Impact er hatte im Vergleich zu Lacazette. Ja, Riesenunterschied. Und den jetzt zu ersetzen, ist wiederum ähnlich schwer. Gabriel Jesus war so ein bisschen das, was ich glaube ich auch erwarten würde, was passieren würde, wenn Phil Foden aus City rauswechselt. Dass man so ein bisschen, ob der Leistungen bei City sagt, ja, ist gut, aber mit so einem halben Schulterzucken. Sienchenko ja auch. Sienchenko auch, weil es so ein bisschen untergeht in der gesamten Weltklasse-Qualität dieser Mannschaft. Aber wenn du in ein Team steckst, wo der Kontext nicht plötzlich ist, die anderen zehn Spieler sind auch alle absolute Weltklasse, dann fällt erstmal richtig auf, wie krass der Kerl eigentlich ist. Ja, ja. Willst du noch mehr über Phil Foden reden und sagen, wie gut er ist, weil das geht runter wie Öl. Nee, nee, das reicht für heute. Wir reden ja nicht über City, wir reden primär über den FC Arsenal. Beziehungsweise haben wir getan. Genau, das war Shopping Guide zum FC Arsenal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Feedback, wie immer, in die Kommentare. Macht's gut. Tschüss.